Ja, Junge, dann sieh mal zu, dass du räumst. Was ist denn das hier? Komisch. Irgendein Lichteinfall. Na, ich muss die Spülmaschine noch ausräumen und ein bisschen was machen. Und Gitti und ich wollen nachher einen Film gucken. Und wir können heute nicht so spät ins Bett gehen, weil Gitti und ich, wir müssen morgen wohin? Wir müssen morgen nach Westend. Wir haben da einen Termin. Ja, aber das ist geschäftlich von Gitti aus. Und ja, da müssen wir um bis ich halb neun, müssen wir das Haus verlassen. Naja, ist ja nicht so die Welt von uns, wa? Aber trotzdem, wenn die Kieke, was in der Stadt los ist, meine Herren. Na, dann rollen wir mal, Siegfriedchen, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bestimmt hören wir uns nachher noch, ja? Wäre schön. Oh, ich hab ja auch Kreuzschmerzen, weil ich alle Tage, mir ist warm, ich hab ein Kratzen am Hals. Rrrr, 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 rrrr. Rrrr, rrrr, rrrr. Rrrr, 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 rrrr.